hallo und willkommen zurück zu haus flipper so wir gehen gleich mal einen pc und checken hier wieder neue auftrag ab von teams da haus streichen hallo zusammen also hallo zusammen mit meiner frau haben wir ein haus gekauft und wir sind nun fast fertig ich möchte sie bitten die wände zu streichen da wir der ansicht sind dass alles in weiß einfach zu langweilig ist auch die beiden fehlenden klimaanlagen sowie zwei heizkörper müssen installiert werden ich hoffe dass das nicht zu lange dauern wird denn wir würden gerne bald einziehen mit freundlichen grüßen teams da klimaanlagen damit hatten wir auch noch nichts zu tun gehabt also wieder was neues zum installieren aber da bin ich dabei wenn wir streichen und ein paar sachen montieren wenn es nur das ist ist gut dann haben wir das eigentlich schnell abgefrühstückt dann können wir vielleicht in der folge schon zum neuen haus so hier müssen wir schon mal nichts machen das gut streichen montiere ok streichen montiere streichen montiere radelzimmer heizung ok wir haben doch einiges zu tun hier fangen wir mal an so zimmer nummer eins haben wir alle offen so dass wir wie bei der letzten folge noch irgendwas vergessen ok hier geht es raus ok gut da fangen wir mal von hinten an würde ich sagen so einmal badezimmer heizung so und zimmer nummer zwei gehen wir gleich hier rein fenster reinigen und streichen so limona so was ein bisschen länglicher ist nehmen wir erstmal größere so oh so 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 ich freue mich ja schon wenn wir alles auf max gelevelt haben dann geht alles so rotzfotz so 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 draußen ist nie was los hier sind die alle unterwegs oder was so 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 dann hier fenster reinigen heizung montieren und wieder streichen so 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 immer groß ist egal lieber zu viel zu wenig so 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 Vielen Dank. Ja, das ist richtig. So, dann sind wir hier aber auch gleich fertig in dem Zimmer. Das bissl noch streichen, dann noch die Heizung montieren und dann sind wir ready. Das verkaufen wir wieder, dann haben wir die Heizung. So viel Heizung, wie wir jetzt montiert haben, müssen wir eigentlich gleich wieder in den Fähigkeitspunkt kommen. So, die Ecke ist fertig. Jetzt kommt das etwas größere Zimmer. Das ganz große Zimmer kommt noch. So, hier wollen sie auch eine Klimaanlage haben. Aber erstmal wird gestrichen. So, hier ist die Heizung. 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 30%. Da sieht man schon, dass das schon ein größtes Zimmer ist. aber die farbe sollte eigentlich trotzdem reichen obwohl was wir uns überraschen da hier ist alles gemacht das ist der Anschluss für das Klima denke ich mal so so jetzt ist ein bisschen da wirklich hier obwohl geht so neue Fertigheitspunkt drei Wände gleichzeitig natürlich da ist nicht das Eck oder was Achtung wir könnten jetzt schon aufhören ok so gestrichen ist jetzt kommt noch die Klima das wird immer ein teurer Spaß ähm so montieren wir das ganze Klima haben wir noch keine montiert bis jetzt dürfte aber nicht allzu schwer sein so 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 fertig jetzt kommt das große jetzt ist lustig jetzt wird viel gestrichen jetzt brauchen wir viel Farbe ups das war mein Handy so Klima kommt zum Schluss jetzt machen wir erstmal die Farbe ups das war mein Handy der will auch zwei verschiedene Farben ok ok das müssen wir also trennen dann machen wir die Küche heller da sollte theoretisch reichen die du n n n du n n n n n n Vielleicht aber auch nicht. Ich guck, das reicht doch nicht. Gut, ja, dann kaufen wir uns halt noch eins, aber nur einen kleinen. So, wo waren wir denn hier? Das ist fertig, ne? Halt. So, jetzt kommt das etwas größere Ding hier. Ah ne, die Farbe haben wir jetzt schon geholt. Da wird wahrscheinlich einer auch nicht reichen. So, jetzt kommt das Ding hier. Hmm. Ja, ja. Also manchmal hier, ne, gerade hier im Fenster, im Fensterseite hier, der nimmt das öfters nicht an. Lassen wir mal ein bisschen Luft rein, das habe ich ja die ganze Zeit nicht gemacht, hier bei den ganzen Häusern. 78%. Und... So, gleich sind wir komplett fertig mit diesem Haus. Dann fällt mir noch die Klimaanlage. Die haben wir hier. Fertiiiich. Und zu guter Letzt die Klima. Viel Gewinn haben wir da jetzt aber nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass das nochmal hier richtig raushaut. Okay. Oh. 5.900. Wurde noch eine Einbrüche, ne? Und wir waren's. So. Tschüss. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug verdient. Dass wir jetzt an unserem neuen Haus ran können. Ja. So. Das neue Haus. 27.000. Ja, da können wir uns schon ein bisschen was mit anfangen. Und das ist es von mir her. Gut. Ähm. Halt. Da muss mein... Gehe zu verlassenes Haus. In so eine neue Bude. Die wir jetzt verschöner müssen. Ach. So. Ich muss mich dann nur schlau machen. Was die... ganzen Käufer haben wollen. Dass wir das nicht immer dieselben verkaufen. Gut. Oh. Spinnennetz. Dann... Fangen wir mit diesem Haus in der nächsten Folge an. Ciao, ciao.